Die Sendung wurde vom NDR live. Und wir spielen heute die Demo von Terror 2 O-Card für euch. Und geht rein! Wake up! It's time to get up! Terry! The mask is calling for you! Don't it once more! Yes, I will serve! Come to the basement, Teddy. I will be waiting. So, und damit übernehmen wir die Steuerung von Teddy. Einem, ja, vielleicht einem kleinen Clown, einen Irren im Clowns-Kostüm. Wer weiß, keine Ahnung. So, wir schauen erstmal. Äh, es ist kein Jump'n'Run, tatsächlich. Was ist das? Okay, mit F können wir die Türen öffnen. Was ist das? Wir haben eine blaue Kerze aufgenommen. Im Inventar. Wo ist dann unser Inventar? Ah, okay, alles klar. Ach, wie cool. Es ist, ähm, ja, so ein bisschen im Stil von Lone Survivor, glaube ich. Und, äh, wir schauen mal rein. Also, bis jetzt finde ich es schon mal sehr, sehr cool. Jawohl. Schön, mit Blut dem Messer. Ach, herrlich, Alter, herrlich. So, okay, hier können wir nicht lang. Wo ist denn das Basement? Ach ja, die Pflanze hätte ich mal gießen sollen. Naja. Okay, in die Türen können wir nicht rein. Wir haben ein ziemlich großes Haus. Für so einen kleinen Irren-Clown. Warte mal, können wir hier noch an der Treppe vorbehalten? Nein, wir können nur noch rum. Okay. Dann, gehen wir hier mal rein. Oh, sind ja die Outfits nach oben, Alter. Ist das ein Gesicht oder was? Junge, Junge. Okay. Oha, das, äh, das sieht mir... Warum hast du noch immer Probleme? Wackle. Your destiny won't be denied. And these birds won't keep you from me. You are mine, Daddy. Yes, I am sorry, Master. I will serve. Retrieve your soul and destroy these plants. Okay, wir brauchen eine Säge, um diese Plankin zu zerstören. Da jetzt wahrscheinlich in den Keller zu unserem Meister. Äh, 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 äh. Ich, wir fragen nicht. Ich frage lieber nicht. So, wir gehen mal hier rein. Ach, wunderbar. Schön. Kronos verschlingt Zeus. A feast of flesh must be offered. Aha. Ah, okay, alles klar. Wahrscheinlich ein, ein... Ein, ein, ein... Wie sagt man denn? Ein, 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 ein Rhythmusrätsel oder so. Da muss man wahrscheinlich hier die... Die... Ah, okay. Damit fangen wir an. Jetzt vielleicht den Arm. Gut, gut. Und jetzt das Gesicht vielleicht. Ja. Nein. Okay, gut. Dann wäre es das Bein gewesen. Okay. Also, wir müssen es in einer gewissen Reihenfolge aktivieren. So. Denn das Bein. Und jetzt der Gesicht. So. Was passiert? Aha, okay. Das Bild bewegt sich wie von Geisterhand zur Seite und offenbart uns eine Tür. Zur Küche. Oh Gott. Oh, die grüne Kerze. Wunderbar. Meine Fresse. Das ist aber auch... Eine schöne Ruhmtour durch... Ja, wie soll ich jetzt mal... Wie soll man sagen? Irgendwie das... Psychopathen... Äh... Ach Gott. Ja, naja. Wenn ein Haltersatz nicht ein wird, was sollt. So, zack. Okay, ähm... Wir haben grün. Und rote. Und äh... I have the right scanner. So, wir brauchen noch Violett. Wo kriegen wir denn Violett her? Wollen wir hier nochmal reinkommen? Hm, war hier noch eine Tür vielleicht? Nope. Krieg ich hier hinten noch irgendwo lang? Nein. Hm, vielleicht auch hier. Ja, schau mal an. Hier ist noch eine Tür. Okay, wir gehen mal rein. Aha. Hier. So, was ich eigentlich sagen wollte. Das Haus ist ja ein... Ein Martha-Stewart-scher Wunsch für jeden Psychopathen. Haha. Mir ist Martha-Stewart nicht eingefallen. Sorry. So, wir haben alle Kerzen. Ähm, dann durften wir tatsächlich, glaube ich, jetzt hier dieses schöne Türchen zu unserem Meister öffnen können. Zack. Und wir haben die... So, ist das eine Kühltruhe? Hm, schön. So, wir haben die Säge. Dann können wir jetzt auch die Holzbohlen quasi wegsägen. Ratsch, ratsch. So. Wunderbar. Haben wir. Meister komme. Ach, hier werden die Dönerspieße hergestellt. Wunderbar. Schön. Oh, er läuft von alleine. Do you hear it? Taddy, the mask turns for you. Yes. I hear it. Calling to me. Put the mask on, Taddy. Embrace its power. And you will refer to it. Good. Good. Very good. Now, komm closer. I wish to see you, Taddy. Bring me that rotting flesh on the ground. And I must feed. And I must feed. Das hier? Feed to me, Taddy. Yes. So, hier den, da haste, den, den, den Dönerspieß. Lass dir schmecken. Although the flesh is exquisite and cannot sustain me, Taddy, go out and find some new victims and bring me some fresh meat. I will serve. Okay, wir müssen, wir müssen Fleisch für den Meister anschaffen. Chapter 1. Taddy, the Terrorizer. Well, tonight appears to be entirely devoted to returns. Haha, I know, honey. But this is one of my favorite shows. It's been a long day. Okay, so I'm going to take a shower upstairs before going to bed. Oh, hier. Breaking news. Taddy has struck again. Deportial remains of two adult individuals were found early tonight, keeping the resistance of Orkard an edge in constant fear. Police have released a press statement saying that they have no leads in the search for Taddy, but warn that he tends to target couples and families. Police. A curfew has been implemented. Resistance are advised to stay indoors at night and make sure all windows or doors are locked. Contact the Orkard Police Department at once if you have any information about Taddy's location or noticed any suspicious behavior. Hmm. Good. They just sent a shiver up and down my spine. I mean, they need to stop that monster before he hurts anyone else. Well, don't worry about it, babe. No idiot dress as a clown and going to hurt you as long as I'm around. Yeah. So, just remember to do the dishes when you're done watching your show. Watching your show. You forget to do it earlier. Oh, okay. Alles klar. So, warte mal. Wir wollten... Wo hieß denn hoch? Wir wollten duschen. Mann, die haben aber auch alle geile Hütten hier, Alter. Oh, schöne, riesengroße Küche. So, hier ist der Abwasch. So, was? I don't need to go down to the basement. Right now. Okay, alles klar. Also, sie will erst mal duschen. Also, ich finde, das Spiel hat so viel Charme. Also, das... Da freue ich mich auf jeden Fall auf das Folgen. Also. So, was haben wir hier? So, haben wir... Oh, was ist das? Our library of metal flashlight can be used in an emergency. Okay, alles klar. Das kann ich noch nicht nehmen. Das ist eine Art Abstellkammer. Ein Mixer. Schön. Okay, alles klar. Denn, äh... Ja, stimmt. Wir sollen ja noch mal oben gehen, hat sie gesagt. So, zapadabadabam. Mann, 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 Mann. Schöne, acht hohe Meter Wände. So, was haben wir hier? Ist das ein Telefon? Eine Schreibmaschine? Was soll das sein? Mir kommt mal hier hin. Was ist hier? Ja, ja. Das ist das Bad. Wunderbar. So, dann nehmen wir mal eine kleine Dusche hier. Schön. Ich bin schockt, dass die Polizei noch nicht die Mania gefunden haben. In any case, I shouldn't check my gun case upstairs to make sure my handgun is on working order. Ja, genau. Hier müssen wir erstmal gucken, ob dein Ballermann funktioniert. So. Das heißt, wie er läuft, Alter. So, okay. Alles klar. So, wo haben wir denn unsere, unsere, ja, schusssichere Box, wo die Waffe aufbewahrt ist? Hier drin? Oh, ja. Hier, vielleicht? Let's see what we have here. Everything looks good here. I keep the key on me just in case. I better go downstairs and do those dishes or Ashley go, come to kill me. Ja, ich denke auch. Da bringt ja auch die Waffe nachher nix mehr. So, okay. Wir haben den Schlüssel im Inventar. Und, ja, wir gehen abwaschen. Ach, verdammt schon. Und ich hab meine Show noch nicht zu Ende gesehen. Ist doch bestimmt, äh... I don't need to get outside. Achso, nee, dann wurde ich umher nicht. Entschuldige, bitte. Ja, 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 ja. So. Hm, oh, that's strange. I couldn't have sworn the windows were closed. Hm, oh, das Fenster ist offen gewesen. So, dirty bushes. So, wo ist... Hier ist das Waschbecken. Zack. Und wir waschen ab. Ein Teller, zwei Teller, drei Teller, vier Teller. Ich wasche ab wie einer. Nummer eins. Ich bin ein Wanderer-Schowspieler. Alright, all done. Ich schau und grab the Trash down on the basement and take it out. Okay, gut. So, warte mal, the basement war hier hinten. Gehen wir mal hin. No, 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 no. Hier haben wir das. Alright, let's get rid of the Trash. Und? What the? Oh, Teddy! Oh! 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 Scheiße, Tyler! Oh! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Und, und, oh, nein! What? Did the power just go out? Tyler, the power's out! Tyler? So, ne, schön, ne? Wenn wir mal mit Ashley loslegen. Ashley! Crap! Where are you, Tyler? It's so dark. I need to grab the flashlight and the downstairs close it. Okay. So. Ähm. Ja. Oh, ha. Aber wir, also, oh, scheiße, ja. Terry ist jetzt im Haus. Terry is in the house. So, warte mal. Taschenlampe. Ah, wunderbar. Ein bisschen mehr. Nicht viel, aber immer ein bisschen. So. Tyler? Tyler! Wo bist du? So, warte mal. What the hell is going on? Where are you, Tyler? Oh, der Kopf, Alter. Tyler! Oh, mein Gott! I have to call the police. Oh, nein. Da ist Terry am Fenster. Oh, scheiße. Oh, nein. Ich muss weg. Ich muss weg. Oh, nein. Wie cool sie ohne aussieht jetzt. Okay. Checkpoint reached. Oh, schnell, schnell, schnell. So, ich hoffe, dass das hier der Telefon ist. Ja, es ist das Telefon. Okay, hat das Polisdepartement. Was ist deine Emergency? Please. You have to get my house. Terry is here. And he just married my boyfriend. Ma'am, please. Remain calm. I need to tell me where you live. 1428 Westhaven Street. You have to get here quickly. I don't know where he is. Listen to me very carefully. Find something safe to hide. And if you can, arm yourself. Help us on the way. Ah! 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 Wie? Wo? Für was? Hier? Hier hin? Warte mal. Hier, weil er am Schrank war. Können wir uns hier verstecken? Oh, ja. Wir schauen sofort. Wir haben spinnt, Alter. Wie in jedem Spiel. Okay. Können wir jetzt wieder raus? Nee. Terry darf uns nicht finden. Mit seiner Säge. Tylers gun case is right there, but I don't have the key to it. Ja, schön, Alter. Der ist im Keller. Tyler must have the key on him. I have to find it. Na toll, Alter. Das heißt, ich muss jetzt durch die komplette Bude. Oh nein. Und die hat auch noch ihre Holzklokks an. Das ist doch so verräterisch. Scheiße. Das ist not safe to go outside. Nee, das will ich auch her nicht, Mensch. Ja, ja, ja. Schleiße. Terry könnte überall sein. Ich muss jetzt irgendwie zum Keller. Schaffen. Oh mein Gott. Der Kopf von Tyler. Das ist auch hart, Alter. Oh, scheiße. Oh Gott. I'm so sorry, Tyler. Und wir haben den gun case key. Und jetzt wieder hoch. Ich freue mich. Also, wenn es jetzt noch nicht passiert ist, würde es jetzt passieren. Schleiße. Wir können auch die Taschen aber nicht ausmachen. Sie ist an. Die ganze Zeit. Oh, bitte kommen wir jetzt hier nicht irgendwo angesprungen. Horror Terry. Okay. Okay, sieht ganz gut aus. Schaffen wir es? Ja. Wir schaffen es. Okay, und jetzt müssen wir ganz schnell zur Kiste. All right, you bastard. Come and get me. Oh, da ist er. Oh. Oh. Well, it looks like the power is working again. Did you come from the body? Is it Teddy? Is he really dead? Oh, it's him. All right. Jeez. I can't believe that young woman took him down. What a mess. Sarah took her down to the station and got a full account of what happened here. At least, Ockert will sleep a little easier knowing that the maniacs is finally dead. Chapter 1 Completed. Okay. Yeah. Okay. One year later. Am Grab von Teddy. Teddy ist back. Ist das geil, Alter. Ist das geil. Oh, und Ende der Demo. Schade. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst es mich mal bitte unten in den Kommentaren wissen. Und, also, wenn es vor Game kommt, wie ich spiele es auf jeden Fall. Okay, bis dann. Macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.